ja ich ne Brot ich nehm das untere nehm ich selber dann nehm ich das untere was ja du ja was ja komm Gegner ja ah Jeff Melko ist in meinem Boot drin aber ein bisschen langsamer ich hab hier drei Haubern drinne Ach Schnitzel, das ist der Angst oder die weg Schade vielleicht gehen die wecken Ah Oh na na Oh Maaw Oh man Schülle dein Leben alter Blondin Oh nein, warte! Wow! Der Heli... War der Heli da? Tja, wir konnten nicht landen. Aber mit dem Heli kann man auch nicht landen. Oh, das ist fand ich alle wie. Ja. Oh na na, what's my name? Ja, bleib was am Stein hängen. Ja, fein machst du das meine. Hab ich hier ausgeschaltet? Waaah, man. Sorry. Eine Sekunde später ist meine... Ich hab extra gewartet. Okay, passiert, passiert. Habe ich mal nen Burst drauf? So, auf einmal... Ich hab echt selber überrascht. Okay, das ging schnell. Fack. Confirmed. Oh, die Blauger hat mir jetzt nen Kill klaut. Oh. Haben wir noch Gig? Na ja, 15 an der Zahl. Heli kommt aus der Base. Oh, ich bin ein Hurensohn. Nein, doch nicht. Oh, wie viele hier sind. Mann, tschüss. Komm, Heli. C4. Ernsthaft? Ach, Mann. Diese scheiß Aufräre, Alter. Nein. Mann. Ja. Kann das sein, dass die mich hier gerade... Javenin? Natürlich. Was denn sonst? Javenin for life, yo. Scheiß anderes. Alles. Ah, ja. Was ist mal nix? Ich bin noch in der Luft. Nee nee. Es ist noch in der Luft. Es ist noch in der Luft. Nein. Gefällt mir her. Oh, na, na. Was, Mann. Oh, in zwei Tagen ist Pro Bowl. Und am fünften Super Bowl. ein bisschen eingewöhnung tatsächlich stets bemüht alles ich bin gerade bei dir spawnen gerade extremen auch gegnerisches boot gespawnt alles klar nein blau biere nicht spawnt auch nein e.com auch mal name a blau biere macht diesen ohne scheiß macht man doch nicht ich glaube ihre märkte btf man und blick im arsch oder es ist Schwierig, das wird schwierig, das wird schwierig. Der wieder Burstmose. Der hat da Winkel. Wow. Wo ist der kleine Noob? Schon traurig sein, wenn die Gegner selbst mit der MBT Lornyx treffen, ey. Okay, haha. Holy shit, ey. Kept no skill. Die Blaubehren, Alter, die Blaubehren. Wie kann ich denn den verfehlen? Oh Mann! Von wo kommt, Alter, er steht in der Ecke, Mann. Ey, ne. Ach, stets bemüht. Was bist du für eine Mütze? Alter, er steht in der Ecke, Mann. Ja, der hat ja nicht hier aufm. Ich hab' ich keinen Bock mehr auf diese Scheiß-Fehel, Mann. Ach, diese Scheiß-Ecken-Gekämpel wieder. Ich glaub' ich glaub' kaum rein, Alter, da liegt der schon in der ersten Ecke drin. Mann. Das war's fuck einfach nur ab. Mal. Oh nein. Wow, Alter. Also der Name. Heißt er auf Anal-General. Ist irgend ein Griechener von denen, äh, ganz hin zu dieser Grenze gelaufen. sie sind ganz posten die müssen wir komplett am arsch der welt nein genau unglaublich ja vorbei ist gesprungen und das steht schon was hat mich denn jetzt getroffen so ein blödsinn wo ist er von mir ein T-Bag am linksgebogen Heli ist auch mal abgesprungen kleiner Camper alter kleiner Camper wer hat die Kontrolle über Einsatz 10 Charlie verloren ich habe gerade eingesehen da ah guck mich an mit der Smao äh ja wie nennt sich die S2 Emitator Stinger 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 Was ist das für ein Gelegen Alter wie wir uns machen hießen ah lächerlich Lachen war alter ich bin tot der muss sitzen Ich kann hier ernsthaft nicht gerade ordentlich spielen, alter ich. Können Sie erst spawnen bei mir oder können wir Charly? Charly ist noch ein bisschen vernünftig. Das ist der Gaia König dorthin. Dieser Gaia König dorthin ist ja widerlich. Oh, Saiga, wenn ich das schon wieder da oben lese. Da hinter dir, oh. Das ist wohl der Saiga-Freak. Da kommt einer von unten. Ja, der kriegt sich vorne rein jetzt. Hä? Zwei Stück. Ah, was? Ah, von der anderen war der auch noch. Vorsicht Laa, Vorsicht. Der holt seine Laa raus. Oh. Dann der ist irgendwo... Was? Komm, komm, bist du gut. Na ja. Alles klar. Ich wollte nur noch zu... Das ist gar keine Klemul. Ich wusste jetzt auch nicht, ob ich rauslaufen soll, aber da statt eine Klemul. Ja, ich hatte die Klemul beiseite gelegt. Ja, ich hatte die Klemul beiseite gelegt. Ja, nice. Mensch, mein Mann. Ich habe das gesagt. So. Oh. Oh. Und war tragt. Im anderen Haus. Hier oben. stets bemüht schon wieder aber ich habe scheiß aiming stets bemüht ist aber auch ein geiler name obwohl er vielleicht krieg noch das hier auf jeden fall irgendwo rechts jetzt gleich zwei stück zwei stück und ich habe auch stets bemüht ich habe zuerst die claim auch weggeschossen und dann holt er mich meine persönliche hure alter gibt er sich noch ein paar nacken klatsch dazu motivation hat hört man doch wieder crazy hast du von montana das neue pokémon video schon gesehen nein ich gucke mir nix von montana black an die nance my nance Untertitelung des ZDF, 2020